moin moin ich bin's euer flatty herzlich willkommen zu einem neuen video von mir der natururin der ist weiterhin zu mir zu besuch und er hat gerade sein ich glaube sein zwölftes bier schon leer gesoffen und jetzt zeige ich euch wie er jetzt sein leeres bier zu den anderen leeren bierflaschen hinstellt und sich ein neues bier holt ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen so hier sehen wir die natururin wie er schon ziemlich angeheitert seine leere bierflasche zu den anderen bierflaschen hinstellt diese leeren bierflaschen die hat er die letzten beiden tage leer gesoffen das red bull ist übrigens meins und die cola flaschen auch schaut euch nur den natururin an jetzt holt er aus seiner tasche ein neues bier raus schaut euch nur diese bierflasche an und den natururin er macht jetzt ein bier auf das fliegt nicht so gut das ist super scheiße zu wenig Druck dran ich mag das nicht ich lief das nicht aber trotzdem hat geschmack dran geprost 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 genieße dein bier ja so das war es jetzt auch wieder von mir ich hoffe euch hat dieses kurze video unterhalten und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt wartet noch hier auch ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020